Klara kommt auf eine neue Schule. Die Schule ist wunderschön. Dann aber wird sie wegen ihrer Kleidung ausgelacht. Du bist ja so hässlich. Klara ist so am Boden zerstört, dass sie sich umbringen will. Ich kann nicht mehr. Doch dann kommt Alex, ihr Helfer aus der Not. Bitte, bitte mach es nicht. Wir können das alles klären. Aber bitte mach es nicht. Klara hat auf Alex gehört. Sie haben alles geklärt. Klara ist in eine neue Stadt gezogen. Und dort hat sie von neu an angefangen. Und aus ihrer Freundschaft zu Alex ist die große Liebe geworden. Ich liebe dich. Liebe dich auch. metabolic Voilà. Ja, okay. erfahren Sie. Ja. Aber das ist toll. Also ich bin es für. ог Mund von mir gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020